Wir befinden uns in Oberägypten bei Asuan auf dem Nil. Wir sind auf dem Weg zur Tempelanlage von Phile, dem bedeutendsten Tempel der mächtigen Göttin Isis. Der Tempel befand sich ursprünglich an einer anderen Stelle. Er wurde wegen eines Staudamm-Projektes umgesetzt und liegt heute sehr malerisch auf einer kleinen Insel im Nil. Der Tempel von Phile wurde erst relativ spät in ptolemäischer Zeit erbaut. Er ist der Göttin Isis geweiht. Ihr Bildnis findet sich vielfach an den reich verzierten Mauern. Typisch für die Göttin sind die Kuhhörner und die Sonnenscheibe auf ihrem Haupt. Durch Säulenhallen und Innenhöfe gelangt man über Rampen in das Innere des Tempels. Zunächst einmal ist ein Tempel in Ägypten ja wie eine Zwiebel aufgebaut. Also er besteht aus mehreren Häuten, das sind die großen Mauern, die um den Tempel herumgebaut sind. Und je weiter sie nach innen gehen, desto enger werden diese Mauern, schließen sich dann schließlich um ein Allerheiligstes sehr eng zusammen. Im Allerheiligsten, dem Sanktuar, befindet sich der Altar. Auf dem Altar stand der Schrein mit dem Kultbild der Göttin Isis. Priesterinnen öffneten jeden Morgen den Schrein, salbten und ölten das Bildnis und überbrachten der Göttin Opfergaben, wie auf den Wänden des Allerheiligsten dargestellt. Die Decke des Sanktuars ist mit Greifvögeln geschmückt. Oft wird Isis mit Flügeln dargestellt. Und diese Flügel, sie spielen ja eine ganz wichtige Rolle. Diese Flügel schützen etwa den Toten, wenn er auf dem Einbealsamierungsbett steht. Sie schützen eben auch die Mumie. Sie ist also häufig auf den Särgen abgebildet mit ausgebreiteten Flügeln. Und diese Schutzfunktion, die kennen wir eben auch später wieder von Maria, wenn sie als Schutzmantel Madonna erscheint und unter ihrem Mantel viele Menschen aufnimmt. Da haben wir durchaus wieder Verbindungen, die mit der schützenden Funktion der Mutter, der Frau in Verbindung zu bringen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017